So, jetzt geht's hier nochmal und dann bin ich mal gespannt. Übrigens hat sich die FPS jetzt auch wieder stabilisiert, anscheinend, weil die Festplatte wirklich ein bisschen fragmentiert, auf der ich gerade aufnehme. Na gut, aber wenn ich den hinterher alle Aufnahmen wieder runterlösche, dann ist das sowieso egal, dann ist er nämlich absolut null fragmentiert. Das kommt anscheinend nur wegen mehreren Aufnahmen, die noch ein bisschen draufliegen auf der Festplatte. Ja, springe auf mich drauf, sodass ich dann da am Rumbaggen bin. Mensch. So, jetzt springen wir hier auch ganz genau runter. So, hier rein wollte ich nämlich. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe mal, glaube ich, in irgendeiner Folge versucht, hier durchzugehen. Ja, ich sag mal so, wir haben einen magischen Umhang. Ich glaube, mit dem können wir hier einfach durchlatschen, ganz schnell. Wir müssen natürlich uns ein bisschen beeilen, weil der auch nicht unendlich viel Magie hat, aber... So, na bitte. Und was kriegen wir? Noch ein Stäbchen. Der Birnen-Nachstab. Schwinge ihn und ein Ring aus Licht wird dich schützen. Ja, der ist quasi nochmal so eine Art Zauberumhang. Funktioniert aber ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht genau, wie der funktioniert, weil ich den noch bei den Let's Playern, die ihn sich geholt haben, nie im Einsatz gesehen habe. Bin ich mal gespannt, ob wir mit dem Birnen-Stab zum Beispiel jetzt hier den Weg zurück können. Schm. Aha. Scheiße. Okay, jetzt ist er vorbei. Der, ähm, schützt uns, glaube ich, so lange, wie wir auch Mana haben, ne? Also, das ist ja quasi nochmal der Umhang, oder was? Nur, dass man mit dem Umhang auch noch durch Wände gehen kann und sowas. Unnötig. Könnte man sagen. Ups. Ja, ich möchte ja auch, warte, nicht. Hier vorne gibt es irgendwie einen Glitch, ähm, das habe ich mal beim Analyst-Player gesehen, aber ob er den hinbekommen hat, weiß ich gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es das bei der NDS-Version gibt oder bei der GBA-Version. Es gibt ja auch noch einen GBA-Remake von diesem Spiel. Und ich meine, die NDS-Version wäre, ähm, ein bisschen verbuggter. Also, das ist ja die, wie die Spiele. So. Schattenwelt. Obwohl, ja, doch, den Teil hier haben wir schon mal, glaube ich, in der Lichtwelt erforscht. Also, erforschen wir ihn jetzt nur noch abschließend meinem Licht-, äh, im Schattenbereich. Ich, ähm, muss gucken, dass ich ein bisschen drüber rede. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es schon gemerkt, äh, mitbekommen habt. Sucht ihr etwas aus? Nein, ich will jetzt gerade nichts. Ähm, Nintendo claimt ja jetzt alle Videos von Let's Playern. Ähm, die sagen, die wollen sie nicht sperren, aber sie wollen halt auch nicht, dass die Let's Player da ein Geld verdienen, sondern die wollen halt selber an dem Video wiederum wieder Geld verdienen. Na gut, ist ihr gutes Recht, ähm, sie sind die Urheberrechtsinhaber. Trotzdem hätte man das ein bisschen weniger asi machen können und mal ein bisschen auch mit den Let's Playern sprechen können, ob man denn da nicht in Partnerschaft eingeht oder sowas, wie Fifty-Fifty macht oder sowas, ne. Aber wahrscheinlich ist dann wieder der bürokratische Aufwand zu groß oder so. Ich weiß es nicht. was denen da im Kopf herum geht. Vielleicht denken sie sich auch einfach nur, Ui, YouTube Money, wollen auch. Auf jeden Fall steht für mich fest, dass ich nicht ganz so viele, ähm, äh, Nintendo-Spiele wohl Let's Playen werde. Das wird wohl so dann eines der einzigen bleiben oder so. Ich will nochmal kurz hier runter. Und dann oben drüber her, so. Genau. Da vorne ist nämlich auch noch ein Aufgang. Ja, hier ist ein kleines Labyrinth. Die man unschwer erkennen kann. Tschüss. Tschüss. So, ich würde das mal nehmen. Einfach mal aus Gefühl. Ob es das Richtige war, das werden wir sehen. Aber jetzt nicht nach dem Motto in der nächsten Folge. Ne, das lasse ich mal lieber. Ich werde einfach hier ein bisschen weitermachen gerade. Oh mein Gott, 20 Rubine. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie die ganzen Let's Player immer so viele Rubine haben konnten. Ich bin nicht so einer, der hier jetzt die ganze Zeit... Ach, jetzt fällt mir auch ein. Es gibt tatsächlich etwas ähnliches wie den... Huch. Ich dachte, darunter wäre jetzt nichts. Ähm, es gibt tatsächlich so etwas wie den, ähm... Zauberumhang in späteren Session of Zelda spielen. Und zwar den, ähm... Ja, zack. Ähm, die Magierüstung im Session of Zelda... Twilight Princess. Scheiße. So. Ich meine, hier kann man einfach rübergehen. Ja, hier kann man einfach rüber... Fast einfach rübergehen. Ich werde es euch gleich zeigen, wie man den Weg dort oben entdeckt. Weil, so direkt kann man den ja nicht sehen. Ich meine, ich hätte mal gehört, man könnte den sehen, wenn man das Spiel extrem hell stellt, könnte man es auch über einen Trick sehen. Aber ich will ja die tricklose Variante euch gleich mal zeigen. Heps. Ich will mich nur hier erstmal kurz ein bisschen durchhangeln. So. Einfach damit wir eben kurz hier alle Rubine abklappern. Ja gut, jetzt haben wir auch gut eigentlich Rubine. Also, ja, wie gesagt, die Magierüstung in Session of Zelda A Link to... Äh... Twilight Princess ist dann... Eine, die... einen auch gegen Rubine, ähm... vor Schaden schützt. So, wir können nämlich hier das Luftbiederjungen anwenden. Und dann sehen wir hier ganz kurz den Weg, den es gibt. Seht ihr? Man muss sich halt nur ungefähr merken, wo der Weg jetzt lang ging. Bevor man dann da lang gehen kann. Ach, ey. Das ist nicht wahr. So. Ja, auf jeden Fall gibt es hier irgendwie noch einen Weg weiter. Wir nehmen natürlich alle Wege mit. Fangen wir oben an. Ah, eine große Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspanne dich. Ah, danke. So. Das ist... Tut gut. Das ist... Tut gut, ja. Dann kommen wir hier mal mal hin. Ich glaube, das... Da. Ey, mein Skill lässt echt zu wünschen übrig. So. Auf jeden Fall geht es hier unten irgendwie raus. Gucken wir mal, wohin. Mhm. Ich glaube, hier mussten wir mal für irgendwas hin. Lassen wir den Zauberspiegel sprechen. Haha. Ein Herzteil gefunden. So. Damit sind wir jetzt bei fast allen Herzen. Wir werden einen, werden wir noch im Zelda-Dungeon finden. Da müssen wir noch zwei eigentlich durch andere Herzteile finden. Aber dazu werden wir nicht mehr kommen. Da... Ich springe mal kurz runter. Oh, das sind ja... Keine Ahnung. Irgendwie die Viecher jetzt heißen. Boah, wie fies. Von hinten der Feuerball. Habt ihr es jetzt gerade gesehen? Ja, habt ihr ja. Mit Sicherheit. Es sei denn, ihr schlaft hier jetzt gerade, während ich spiele. Was ich auch schon gehört habe. Huch. Die Festung. Was ist mit dir? Ich kann nichts mit dir machen. Hier hinten geht es auch nochmal weiter. Ich gucke mal hier auch sicherheitshalber mal drunter. Und hier auch einmal mit dem Spiegel zurück. Ne, hier haben wir schon alles abgeholt. Okay. Ja, ich gucke lieber alles jetzt zweimal ab. Vor allem, weil ich wirklich so unendlich lange nicht mehr gespielt hatte. Bevor ich diese jetzt, diese Monsteraufnahmestation jetzt gestartet habe. Das ist wirklich eine Monsteraufnahmestation. Ich bin ja immer noch mittendrin in der. Irgendwie kommen mir diese beiden Pfosten noch merkwürdig vor. Tun aber tatsächlich nichts. So kommen wir natürlich auch ganz elegant vorbei. So, wenn wir hier runterspringen, bringt es uns absolut gar nichts. Aber wir könnten mal kurz gucken. Ob wir mit dem Zauberspiegel hier irgendwo noch runterspringen können. Sinnvoll runterspringen können. Hm. Eigentlich sind wir hier oben ja schon oft genug lange gegangen. Aber konnten wir ja zumindest schon mal lang gehen. Von daher glaube ich nicht, dass es sinnvoller wäre. Also gehen wir mal hier lang. Weiter. Außerdem läuft uns ja die Welt nicht weg. Oh, guck mal wie süß diese Schildkröte. Okay, wir müssen anscheinend irgendwie nach oben. Hier müssen wir wahrscheinlich zur Lichtwelt wechseln. Och, mein Gott. Ich bin natürlich wieder elegant genau auf dem Stein zurückgeportet. Das kriegt nur ein Spieler von wahrem Skill hin. Der Lichtspiel nicht kennt. So. So. Ja, genau. Versperrt mir noch den Weg. So. Irgendwie ist das hier doch merkwürdig, ne? Hast du mir so gerade vor oder ist Link jetzt im Bildschirm eher links als rechts? Hm. Ich weiß es jetzt nicht. Eps. Das war schon falsch. Ja. Toll. Da gibt es auch noch eine Reihenfolge. Kann man die irgendwie hier erkennen? Hm. Also ich erkenne jetzt keine Reihenfolge hier an... So. Also es anscheinend ein bisschen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob man diese Viecher dort töten kann. Ich fange mal oben an. Okay. Das war auch falsch. Wahrscheinlich muss ich genau alle Kombinationen durchgehen, bis ich die Kombination finde, die funktioniert. So. Nächster Versuch. Ja, genau. Hau mich mal wieder von hinten an, du Mistvieh. Also das zuerst. Ja. Ein Portal in die Schattenwelt. So. Jetzt können wir nämlich hier hochgehen und das Medaillon benutzen. Genau. Wir brauchen zum Glück nicht alle Medaillons. Pfff. So. Ja. Ja. Aber... Mit dem Schildkrötenfelsen beschäftige ich mich erst in der nächsten Aufnahmesession. Denn ich habe mir schon lange genug aufgenommen. Ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao, ciao.